Ja, dies ist eine Ansage an Ole Werner von Werder Bremen, der Trainer. Ich finde, wenn man verliert, hat man einfach nichts zu meckern. Und dann gerade sich so zu verhalten und pumpen. Pumpig zu sein zur Moderatorin Laura Vontora. Ja, sicherlich, man kann vielleicht das nicht so gut finden und den Frust auch an der Mannschaft auslassen. Ja, 0 zu 4 gegen die Bayern, was habt ihr denn erwartet? Das ist so meine Frage. Was habt ihr erwartet? Erwartet ihr noch irgendwas da an der Westküste? Die Bayern, die haben jetzt Kane. Das ist schon mal ein 100 Millionen schwerer Bonze, den sie da haben. Gonzo, ja. Harry Kane. Nicht Harry Potter. Und den haben sie jetzt. Meint ihr, diesen Terminator, wenn man den auf euch loslässt, dass ihr dann auch irgendwie eine Chance habt? Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Hallo, Baller. Hier. Also, Herr Werner, einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten. Bisschen mehr trainieren im Camp. Sie können mich gerne dazu einladen. Ja, ich bin zwar nicht jetzt Trainer wie Sie, aber ich kriege die Mannschaft schon auf den Punkt. Und dann beim nächsten Mal vielleicht nochmal versuchen und kleine Brötchen backen. Und vorher ordentlich trainieren. Trainieren, trainieren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja. Und dann vielleicht mal gewinnen. Dann sind die Gewinne krass. Gewinne, 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 Gewinne. Wir gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ja. Dann passt es vielleicht mal gegen die Bayern. Die Bayern gewinnen nur. Und wenn Sie mal verlieren, dann haben Sie vielleicht mal einen richtig schlechten Tag erwischt. Aber dann noch pampig zu sein, das geht nicht. Deswegen hier diese Ansage. Ja. Ne, Herr Werner, so ist es nun mal. Wenn Sie die Mannschaft nicht ordentlich trainieren vorher, dann passiert das. Dann wird da, wie gesagt, grün-weiß. Dann kann er an den Strand spazieren und baden gehen. Ein bisschen planschen im Wasser. So ist das. Ne? Ja, was will man nicht anders machen? Da ist der Ball rollt. Wenn ab dem Zeitpunkt, wo der Ball rollt, dann muss man alles geben. Und wenn man eben nicht alles gibt und sagt, ja gut, wir gehen mal Kaffee trinken. Oder wir warten auf die Halbzeit. Danach wird es schon besser. Danach wird es nicht besser werden. Ja. Wie gesagt, also einfach mal Füße stillhalten. Ein bisschen mehr trainieren im Camp. Oder im Trainingslager oder sonst wo. Auf dem Platz. Einfach die Jungs morgens um 6, 7 schon auf dem Platz holen. Bisschen mittags trainieren. Und dann sitzt es vielleicht. Dann hätte man vielleicht eine Chance gegen Harry Potter aus der FC Bayern. Harry Kane. Ja. Schönen Tag noch. Bis dann.